Vielen Dank und begrüßen Sie dann gleich mit mir die Stadionummer 36, Tobias Sulzer und Lara Ederer vom RRPC-Informationen. Vielen Dank. 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 . . . . Das war's für heute. B.I.V. 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 Vielen Dank, Fahrnummer 3, Weißluss. Und hinter der Bühne steht das nächste Tanzpaar mit der Nummer 41, Christoph Leudner & Carmel Reed vom RC RockPR ASGIN. Das war's. I'm going to rock it up, I'm going to rip it up, I'm going to shake it up, I'm going to ball it up, I'm going to rock it up, and ball it night. Well, I'm going to buy a kid, I'm flying high, I'm going to knock onto the sky, but I don't care, I'm going to spin the door, tonight I'm going to be one, half for the world. I'm going to beat you up, though, just take me outta you, and put it hurt you, Cause I'm going to rock what you heard, from the sun in your face, who it's like you. This is real, this is real, got it real, that it's not healthy, this is real, we're gonna get down by now. Sous-titrage Société Radio-Canada Vielen Dank an das Antrag mit der Startnummer 41. Und ein paar steht hier noch bereit mit der Startnummer 40. Moritz Doman und Alina Mahmoutović vom RRC Rocks Vivas für Wien. Moritz Doman 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 Moritz Doman